Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge ist Base-Engineer Staffel 4. Am Start haben wir den Rohr. Ja, hallo. Und den Weising. Lüle. So, machen wir hier mal weiter mit schöner Wohnen. Oh, Captain. Oh, oh. Das wird mal ein bisschen eckig. Das Gründe geht in Saiki. Das wirkt irgendwie nicht so hoch. Na, warte. Kommt doch, wenn ich noch nicht erinnere, er ist noch nicht fertig. Warte, wenn ich nämlich hier hab. Hast du jetzt fertig, Weising? Ja, aber ich glaub, ich sollte doch später noch ein paar Reaktoren dran machen. Überladen? Ja. Oh. Sagen wir, wie er sich nicht bewegt, dann geht es. Hahahaha. Rotorunde. Rotorund. Hey, cool. Waren wir noch eins höher mit denen? Äh, warte mal, nee, warte mal. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Was? Mal hier, wie du das ja machst. Ja? Jo. Warten wir mal, mal sehen, ob das geht. Wenn ich das von rund ins Eck hier... Die gleichen sich ja an, oder? Theoretisch ja. Mal sehen, wie das aussieht. Hättest du doch hier hinten einen kleinen ran setzen können? Ja, hätte ich, ja. Ja, ist egal. Kann ich das nochmal weg machen? Ja, warte mal. Du kannst doch hier oben die Rundungen setzen. Ne? Setz mal den Runden. In der Ecke. Genau. So. Würde das ja jetzt aussehen? Ach so, und innen trennet dann? Machst du es dann so? Mhm. Ja, dann muss ich das drinnen erstmal weg machen und dann fällt es rüber. Brauchst du doch nicht. Hält doch fest. Es hätte festgehalten. Naja. Okay. Na, die... Na, die... Na, Mensch, wo ist er denn? Hier. Hier ist die Taste. Da setzt du wieder die Runde. Ja, warte. Da setzt du dir hier den Außenbereich. Mhm. So macht Space Engine. Ingenieure ist wieder richtig Spaß. Genau. Na. Zack, zack. Jetzt. Zack. Okay, das bringt nichts. Hä? Zu wenig Reaktoren? Ja. Und wirklich zu wenig. Na. Jetzt. Walter. Nein. Was machst du? Äh, ich versuche Blöcke zu drehen. Nein. Nein. Ja. Jawohl. Jawohl. So muss es sein. Hä? Ich hab keine mehr. Deswegen setz ich dir erst. Ja, hätte man so machen können. Hätte, hätte, hätte. Hätte, wenn. Oh. Hm. 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 Nun denn. Weiter geht's. Ach. Das geht schön schnell mit dem Schweißen. Ach. Oh, hier musst du noch eine Rundung dran klatschen. Und. Ach, ja, hast du schon gut. Wachig. So. Dann noch und 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 da. Oh, dann sehen wir doch mal nicht rein. Boah, wird schon geil, die Station hier. Jo. So einen, so einen Baustierwerts hat man ja auch noch nicht. Nee, noch nicht. So, wie sieht's aus? Stallblatten haben wir noch ein paar. Wunderbar. Das sind auch so die typischen Hupen. Hä, wieso Hupen? Hä, wie Hupen? Boro weiß, was ich mein. Ach so. Ich sag mal kurz Hupen, wenn man über jemanden fliegt. Soundblock vielleicht? Ja, das wär echt ne geile Idee. Okay, das Problem ist, wo soll ich denn das Schiff jetzt andocken? Ah, da hab ich doch schon was gefunden. Hat doch was. Oh. Ja. Komm, stimm mal. Ja. Oh, shit. Wir fliegen. Stallblatten. Was machst du? Na, hat er abgeflext. Ach. Guck mal. So würde das dann aussehen. Passt da auch nicht ganz, oder? Hm, warum nicht? Warte mal. Ich könnte, man könnte ja das dann so machen hier. Äh, wie rum ist das? Äh, ne, warte mal. Ah, ich hab ne Idee. Zack. Warte mal, da muss ich mich mal wieder hin. Oh, die Blockdreherei hier. Hä, 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 hä. So. So. Und. So. So. Äh. Nein. So. Verkehrt. Verkehr. Nein. 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 Äh. Achso. Da fehlt noch ein. Oh. Sieht schon was aus. Hm. Da müssen wir jetzt so los dach irgendwie hinkriegen. Zwecks Solar Paneele. Ja. Ja. Die müssen senkrecht. Also direkt zur Sonne. Die ist ja da so. Na mit Motoren und so oder? Hm. Ne. Brauchst du noch nicht mehr. Denkst du? Nein. Brauchst du nicht. Wir sollten auf jeden Fall ein bisschen Licht mit rein knallen. Ja. Ohne Strom. Dann suchen wir uns ein paar Mondhamster. Die Tumor dann in so ein Laufrot. Dann kriegen wir auch Strom. Grüner Strom. Mindestens. Weil wenn das nicht grün ist. Ja aber der Tierschutzverein da mitmachen wird. Hast du einen Tierschutzverein auf dem Mond gesehen? Ja man weiß ja nie. Sollten die an dort Titan klingeln kommen wir mit unserem MG raus. Was? Ich glaub dann sind die ganz schnell weg. Uff. Seins weiß ich. Äh. Das Ding hat definitiv zu wenige Antriebe hinten. Hm. Wollen wir hier noch was machen an der Decke? Wieso? Decke? Hier. Warte. Das passt irgendwie gerade nicht so ganz mehr. Wo bist denn du? Hier. Hm. Ja. Da will ich auch noch was machen. Scheinwerfer. Hä? Hast du jetzt abgemacht? Ja. Wieso das? Was? Na das. Ja. Das sah doch komisch aus. So. So. Und dann warte. Wo ist es? Jetzt muss ich es wieder richtig drehen. Ah. So. 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 Geht auch. Hm. Hm. Hab ich jetzt ne Ecke vergessen. Ich hab keine Ahnung. Kannst mal jede Ecke abgehen. äh. Mist chill. Oder? Spaut hier einen runden Raum und dann suchst du die Ecke. Hahaha. So. Und du suchst jetzt wo hier in den Raum die Mitte ist. Die Mitte? Na die gibt's auch nicht. Scheiße. Hahaha. Wo Petrisch gebaut? Ja asymmetrisch. Wir bräuchten auch. Asymmetrisch. Ja gut. Ist nicht so schlimm. Hä? Obwohl? Hä? Ja was denn? Hier ist die Mitte. Achso. Das ist so versetzt. Aha. Oh Gott. Naja. Okay. So. Du kannst schon mal das Dach machen. Smoker. Mit was? Weiß ich nicht. Wolltest du da auch Glas oder was? Wir können Teil Glas und Teil Gitterkonstruktion oder sowas. Warte mal. Ja. Gitterkonstruktion wird schlecht zwecks Luft. Nein. Nicht richtig. Also so. Äh. Wenn ich hier noch. Gitterswap. Wenn ich noch eine Rundung hier dran mache. Wie kacke aus. Wenn ich jetzt. Oder hier oben sowas. oder hier oben sowas? und dann so rüber Jo, Klo. Hat was. Ja, jetzt noch von der anderen Seite sowas. Hm. Müsste ja hier sein, wo die Scheiben sind, oder? Hm, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben nur. Sieben? Es wäre nur einer dann. Hier müssten wir noch sowas dran setzen. Na gut, obwohl, warte mal. Ja, geht auch. Wir könnten einlassen. Und hier auch. Ein Rest dann Klaas. Dort, wo die jetzt die, äh, die freien Stellen noch sind. Dann war es mit Mars 3, ja. Und ob wir jetzt die freien Stellen sind, käme dann noch ein Fenster hin. Ja. Somit hätte man hier noch mal eine große Stabilität, wo man vielleicht noch ein Landepad machen könnte oder sonst was? Ja, jetzt hast du aber Asi mit durchgemacht. Äh, äh, das eine müsste weg. Ganz nicht, äh, wir haben uns verbaut mit den, äh. Wir oder du? Ja, ja. Hier müsste überall noch eine Seite ran, wa? Ne, das müsste weg. Nach links müssten wir noch, noch mal ran bauen. Weil hier hast du zwei Blöcke. Bis zum Fenster. Und hier hast du nur einen Block bis zum Fenster. Ja, stimmt. Das heißt, hier müsste überall noch eine Reihe ran. Willst du noch eine Reihe ran bauen? Dann müssten wir ja, damit es wieder, also mit, halt. Warte mal, erstmal, da fangen wir mal mit dem Boden an. Das wollte ich ja eigentlich nicht nochmal planen. Aber das erst in der nächsten Folge, denn wir sind am Folgen. Okay. Das war's mit dem heut, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst da einen Kommentar da, Daumen oder Abo und alles. Wir bedanken uns, was zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.